10 Punkte Applaus jetzt auf der Stage. CBW und Simi! Jungs, auf eine Runde Schnickschnack-Schnuck, wer anfängt. Okay. Simi beginnt, so wie ich das verstanden habe. Und eine komische Situation mit Kaus und High Five, sehr heiß. Simi beginnt, so wie es ready, Judges ready, DJ ready. 3, 2, 1, GO! Und damit startet das 2-3-Finale. Simi mit der Transition in dem J-Score. Die schöne J-Score-Jungling. Komm schon, Simi, push dich. 10 Sekunden noch. Oh, schöner Score auf der Wahl. Und 5, 3, 2, 1, Switch! Fünfmal. Drei Sperl, ist die erste Runde mit den Beerten mit dem J-Score. Und wir können den J-Score-Jungling dauern. Und 5, 4, 3, 2, 1, ganz starke erste Runde auf den Tisch. Sieg die Schlachtseite, zweitens mit der Ackerkopf hoch und links, vorne und rechts, vorne und noch da. Und noch mal, wir merken, sehr schön, schöner Übergang in die Souls, schön angedreht, den Ball auf der Zwüße. 10 Sekunden hast du noch. Und 5, 4, 3, 2, 1, switch. Schöner Mann ist er von Simi. Schöner Ansatz von Chris in seiner zweiten Runde. Schöner Fitter und Pau-Pau, schöner Traktor-Mobie. 10 Sekunden noch für dich. Und 5, 4, 3, 2, 1, und switch. Schöner Finisher von Chris. Simi mit dem A1-ATB in die Lower-Combo. Und noch ein paar A1-ATB. Komm, Junge, zieh, push dich. Ja, schön, aber komm hoch von Simi. 10 Sekunden noch in deiner letzten und dritten Runde. Komm, schau, Junge, zieh. 5, 5 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1, und switch. Und kann Chris noch antworten. Er setzt noch mal 6 zu einem Dreieck. Und da ist er noch der 3 in Heide. Für uns als Tombo. Oh, sehr, sehr schön von Chris in der dritten Runde. 10 Sekunden noch. Schöner Übergang noch mal in der Stiftung. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Ganz, ganz starke Vettel. Vielen Dank dafür. Ich glaube, der war ganz gut. Er hat noch einige Tricks. Er hat noch einen Ball. Er hat noch einen Ball. Er hat noch einen Ball. So, judges. So, Juna. Who's gonna join Guillermo in the final? Let's find it out. 3, 2, 1. And... Chris is going through to the final. Okay, so we have a draw. We have a draw because it's two times draw and one time for you. Two words. That makes... You have just one. Yeah. It was my mistake. I didn't see it right. It was just Mohamed. For you it is, yeah. Two times draw. So, we have extra time. Sivi, du hast eben angefangen. Das bedeutet, Chris, du würdest anfangen. Mach dich langsam, ready, aber wir haben Zeit. Es wird auch Zeit, dass Sie hinne machen, weil die Kamera hat nur noch zwei Minuten. Okay. Ganz knapp. Ganz knapp. Knapp. Inzident. Chris, du bist ready. Ja schon, aber irgendwie haben wir noch was. Judges, ready. DJ, ready. Dann startet die extra time in 3, 2, 1. Go! Ja! Ja. Ja. Ja, ja. Die erste Knotung von Chris. Ja, ja. 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 Und weiter Eddie Abbas und 5, 4, 3, 2, 1, schöne extra Rolle von Chris. Sie mich dafür noch mal schön mit dem J-Soul. Und noch mal den Stoll auf der Bahn. Sehr, sehr schöne Kontrolle von ihm. Schön weiter Eddie Stoll. 10 Minuten auch noch für dich. Und 5, 4, 3, 2, 1, schöne extra Rolle von Chris. Und 5, 4, 3, 2, 1, schöne extra Rolle von Chris. Und 5, 4, 3, 2, 1, schöne extra Rolle von Chris. Dankeschön! Ich möchte eine Sache klarstellen, wir machen nur einmal, oder? Ich möchte eine Sache machen, oder? Du hast gesagt, ich habe noch keine Frage, der Judges' Entscheidung. Wir werden noch mehr Zeit haben, also bitte eine Entscheidung. In 3, 2, 1, und... This is going to the fight.